Musik Yo Leute, was geht ab? Wir kommen bei der TripTour. Erste Stadt Frankfurt. Schaut euch mal bitte den heftigen Bus an. Oh mein Gott. Zu heftig. Jetzt haben wir unsere Generalprobe. Und dann geht's direkt los mit der Show. Jo Leute, was geht? Ich bin jetzt schon im McFlurry Truck. Hab mein McFlurry. Wasch meine Bluebell. Und die Leute sind schon ganz laut. Es sind ganz viele vor dem Truck. Wir haben fünf Monate gewartet und jetzt ist es endlich soweit bei der TripTour. Unser Eis kommt raus. Drei, zwei, eins, BAH! H Vader Dance Musik Okay, Leute, wir sind jetzt in Frankfurt, spielen die allererste Show von der TripTour und wir haben ein Special Guest dabei, das ist die Jelina und sie muss jetzt eine Anrede für die erste Tourstatt halten. Was? Wie beteiligt das? So, also erstmal bin ich dankbar, dass ich überhaupt dabei sein darf, Mike und alle anderen, ihr seid alle echt toll, jeder einzelne von euch und ja, ich freue mich auf die Tour, ich freue mich auf die Fans, ich freue mich einfach auf der Bühne zu stehen und das wird geil, ey! Und ich sag nur, FL, yeah, FL ist nie geil! So, also, wir sind ja, ich freue mich auf die Tour, ich freue mich auf die Tour, dass wir jetzt die Tour, ich freue mich auf die Tour, ich freue mich auf die Tour! Das war's. Super! Nochmal! Nochmal! Mach's einfach! Yo Leute, was geht ab? Wir sind jetzt hier in Mannheim angekommen. Soundcheck startet jetzt gleich. Frankfurt haben wir komplett zerstört. Und wir kommen langsam rein. Ich freue mich so sehr, dass wir wieder auf Tour sind, Leute. Das ist einfach zu, zu, zu krass. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den Tourvlogs. Zweite Show. Gestern war schon extrem geil. Frankfurt war unfassbar. Aber ich glaube Mannheim ist auch extrem geil. Ich freue mich schon mit Isak und Rahman auf die Bühne zu gehen. Ein bisschen Stimmung zu machen. Und dann wird Maik die Show zerlegen. Der wird sie zerlegen. Gehen! Ein, zwei, drei! Das ist der Gänge! BVB! BVB! Ja! 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 Happy birthday, lieber Schal! Happy birthday to you! Und noch Socken! Leute, Nummer 3. Heute wird's richtig gerockt. Stuttgart, let's go! ML ist die Gang! ML ist die Gang! Klatschen! 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 Ja, mach ich doch! Nee, nee! Richtig abklatschen! Solange man reden kann, wie ein Mann abklatschen kann! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 2, 3! 1, 2, 3! 2, 3! 2, 3! 3, 4! 2, 3! 3, 4! 5! 5! Bis zum nächsten Mal.